14. London, England, 1900 Hoch oben über Mr. und Mrs. Windels Pfandlei, in dem schmalen Haus an der Themse, lag ein winziges Zimmer. Kaum mehr als ein Wandschrank. Es war dunkel und feucht und rochmodrig. Kein Wunder bei dem maroden Abwasserrohr und der mangelnden Lüftung. Er hatte fleckige Außenwände, die im Sommer aufplatzten und im Winter die Feuchtigkeit hereinließen. Und ein Kamin, dessen Schornstein schon so lange verstopft war, dass es beinahe eine Unverschämtheit schien, anzunehmen. Es müsste anders sein. Doch trotz der Armseligkeit war der Raum oben im Haus der Swindles das einzige Zuhause, das Elisa Makepeace und ihr Zwillingsbruder Sammy je kennengelernt hatten. Und es bot ihnen wenigstens ein bisschen Sicherheit und Geborgenheit, die sie in ihrem Leben ansonsten hatten entbehren müssen. Sie waren im Herbst auf die Welt gekommen, als in London die Angst umging. Und je älter Elisa wurde, desto überzeugter war sie davon, dass diese Erfahrung mehr als jede andere sie zu dem machte, was sie war. Der Ripper war der erste Feind in einem Leben, in dem es von Widersachern nur so wimmeln sollte. Was Elisa in ihrem Dachzimmer am besten gefiel, eigentlich das einzige, abgesehen von der Tatsache, dass sie Unterschlupf bot, war der Spalt zwischen zwei Mauersteinen über dem alten Holzregal. Sie war ewig dankbar dafür, dass die Schlutrigkeit des alten Swindle und der Zahn der Zeit einen ordentlichen Zwischenraum in der Mörtelfuge hatten entstehen lassen. Wenn Elisa sich beuchlings auf das Regal drückte, den Kopf drehte und, das Gesicht gegen die Mauersteine gepresst, durch den Spalt spähte, konnte sie sie bis zur nahegelegenen Flussbiegung sehen. Von ihrem geheimen Aussichtspunkt aus beobachtete sie das geschäftige Auf und Ab des täglichen Lebens da draußen. So konnte sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie sah, ohne selbst gesehen zu werden. Denn obwohl ihre Neugier keine Grenzen kannte, setzte sie sich ungern fremden Blicken aus. Die Erfahrung hatte sie gelehrt, dass es gefährlich war, bemerkt zu werden, und man bereits wegen allzu neugieriger Blicke schon für einen Dieb gehalten werden konnte. Elisas Lieblingsbeschäftigung bestand darin, Bilder in ihrem Kopf aufzubewahren, um sie nach Belieben hervorzuholen und mit Stimmen und Farben auszustatten. Sie in böse Geschichten einzuweben, in Flüge der Fantasie, die diejenigen, die unwissentlich Elisas Inspiration angestachelt hatten, in Angst und Schrecken versetzt hätten. Und es gab so viele Menschen, bei denen sie sich bedienen konnte. Das Leben an Elisas Flussbiegung stand nie still. Die Temse war Londons Lebensader, die mit den Gezeiten anschwoll und wieder zurückging. Segensreich und grausam zugleich. In die Stadt hinein und wieder aus hier raus. Elisa gefiel es, wenn die Kohlefracht dabei Flute reinkam, und die Fährleute die Menschen hin und her ruderten, wenn die Fracht aus den Kohlegruben gebracht wurde. Aber erst bei Ebbe erwachte der Fluss wirklich zum Leben. Wenn der Wasserpegel so tief sank, dass Mr. Heckman und sein Sohn damit beginnen konnten, Leichen aus dem Fluss zu ziehen, deren Taschen geleert werden mussten, wenn die Mudlocks die Schlammwühler Position bezogen, um den Schlick nach Seilen, Knochen und Kupfernecken zu durchwühlen, nach allem, was sich irgendwie verscherbeln ließ. Mr. Swindle verfügt über ein eigenes Team von Mid-Mutlocks und ein eigenes Revier, ein Stückchen Flussufer mit Faulschlamm, das er so gut bewachte, als beherbergte er die Kronjuwelen. Wer es wagte, die Grenze zu seinem Revier zu überschreiten, musste damit rechnen, dass bei der nächsten Ebbe seine aufgeweichten Hosentaschen von Mr. Heckman gefilzt wurden. Mr. Swindle wollte unbedingt, dass Sammy sich seinem Trupp Mudlocks anschloss. Er behauptete, es sei die Pflicht des Jungen, die Wohltätigkeit seines Mietzern nach Kräften zu vergelten. Denn, auch wenn es Sammy und Elisa gelang, genug zusammenzukratzen, um die Miete zu bezahlen, ließ Mr. Swindle sie nie vergessen, dass ihre Freiheit nur auf seiner Bereitschaft beruhte, die kürzlich eingetretene Veränderung ihrer Lebensumstände nicht den Behörden zu melden. Diese Wohltäterinnen, die hier herumschnüffeln, würden sich freuen zu erfahren, dass zwei Waisenkinder wie ihr sich ganz allein in der großen, weiten Welt durchschlagen müssen, drohte ihnen ein ums andere Mal. Von Recht, deswegen hätte ich euch melden müssen, als eure Mutter ihren letzten Atem zu getan hat. Ja, Mr. Swindle, sagte Elisa dann. Danke, Mr. Swindle, wirklich sehr freundlich finden, Mr. Swindle. Dass jeder mir das nicht vergesst, knurrte er. Bloß weil ich und meine Frau so gut zu sehen sind, seid ihr überhaupt noch hier. Seine Nase bebte und pure Verschlagenheit sprach aus seinen empfängten Pupillen. Und wenn dieser pfiffige Bengel sich in meinem Schlammrevier einfinden würde, könntet mich das davon überzeugen, dass es sich lohnt, euch noch länger zu behalten. Eine bessere Spürnase ist mir noch nie untergekommen. Er hatte recht. Sammy besaß ein Talent für das Aufspinnen von Jetson. Das war schon immer so gewesen und man hätte meinen können, dass hübsche Dinge sich ihm absichtlich in den Weg legten. Mrs. Swindle behauptete zwar, dass er das Glück des Dummen und mit Schwachköpfen und Verrückten meinte der Herrgott eben besonders gut. Aber Elisa wusste, dass das nicht stimmte. Sammy war kein Schwachkopf. Er sah einfach mehr als die anderen, weil er keine Zeit mit Reden verschwendete. Kein Wort. Nicht ein einziges Mal in seinen zwölf Lebensjahren. Er brauchte nicht zu sprechen, jedenfalls nicht mit Elisa. Sie wusste stets genau, was er dachte und fühlte. Das war schon immer so gewesen. Schließlich waren sie Zwillinge. Zwei Hälften eines Ganzen. Deshalb wusste sie auch, dass sie sich vor dem Flussschlamm fürchtete. Auch wenn sie seine Angst nicht teilte, konnte Elisa ihn verstehen. Die Luft war anders, wenn man näher ins Wasser ging. Irgendetwas in den Dämpfen, die aus dem Schlamm aufstiegen, die Sturzfliege der Vögel, die merkwürdigen Geräusche, die von den Befestigungsmauern wiederhalten, mit denen die früheren Flussufer begradigt worden waren. Elisa wusste auch, dass sie für Sammy verantwortlich war. Und das nicht nur, weil ihre Mutter ihr das eingeschärft hatte. Ihre Mutter war seltsamerweise davon überzeugt gewesen, dass ein böser Mann, wer das war, hatte sie nicht gesagt, ihn auf den Fersen war. Schon als sie noch ganz klein gewesen war, hatte Elisa begriffen, dass Sammy sie mehr brauchte, als sie ihn, noch bevor er das Fieber bekommen hatte und beinahe gestorben wäre. Irgendetwas an seiner Art machte ihn verletzlich. Die anderen Kinder hatten es gewusst, als sie noch klein gewesen waren. Und Erwachsene wussten es jetzt auch. Sie spürten irgendwie, dass er keiner von ihnen war. Und das war er auch nicht. Er war ein Wechselbalg. Über Wechselbäger wusste Elisa Bescheid. Sie hatte darüber gelesen, in dem Märchenbuch, das eine Zeit lang in der Pfandleihe gelegen hatte. Es waren auch Bilder darin gewesen. Von Feen und Kobolden, die genauso aussahen wie Sammy, mit seinen dünnen, rötlichen Haaren, den langen, dürren Gliedmassen und seinen runden, blauen Augen. Nach dem, was ihre Mutter erzählt hatte, war Sammy schon als Baby anders gewesen als andere Kinder, arglos und still. Sie hatte immer gesagt, dass Sammy im Gegensatz zu Elisa, die mit hochrot angelaufenem Kopf gebrüllt hatte, wenn sie hungrig war, nie geweint hatte. Er hatte still in seiner Schublade gelegen und gelauscht, als wäre irgendeine wunderschöne Musik mit der Brise hereingetragen, die niemand außer ihm hören konnte. Elisa war es schließlich gelungen, ihre Vermieter davon zu überzeugen, dass Sammy ihn mehr einbrachte, wenn er für Mr. Sotburn Schornsteine pflegte. Seit es gesetzlich verboten war, Kinder in die Schornsteine zu schicken, gäbe es nicht mehr viele Jungen in Sammys Alter, die diese Arbeit verrichteten, argumentierte sie, und niemand könne die engen Schornsteine über den Dächern von Kensington so gut reinigen, wie so ein magerer Knirps mit spitzen Ellenbogen, die wie gemacht seien für das Erklimmen dunkler, russiger Kamine. Dank Sammy waren Mr. Sotburns Auftragsbücher immer voll und ein regelmäßiger Lohn sei doch sicherlich viel mehr wert als die vage Hoffnung, dass Sammy vielleicht hin und wieder etwas Brauchbares im Schlamm entdecken könnte. Soweit zeigten die Sotburns Einsicht. Sie waren hoch erfreut über jede Münze, die Sammy nach Hause brachte, ebenso wie sie das Geld von Sammy und Elisas Mutter gern genommen hatten, als sie noch lebte und Schreibarbeiten für Mr. Blackwater erledigte. Aber Elisa wusste nicht, wie lange das noch gut gehen würde. Vor allem Mrs. Swindle kannte nichts als ihre Geldgier und sie genoss es, versteckte Drohnen vor sich hin zu murmeln über Wohltäterinnen, die ständig herumschnüffelten, um Gesindel von der Straße ins Abendhaus zu befördern. Mrs. Swindle hatte immer schon Angst vor Sammy gehabt. Sie gehörte zu der Sorte Menschen, die auf alles, was sie sich nicht erklären konnte, mit Angst reagierten. Elisa hatte einmal gehört, wie sie Mrs. Barker, die Frau des Kohleträgers, zuflüsterte. Sie habe von Mrs. Tether, der Hebamme, die bei den Zwillingen Geburtshilfe geleistet hatte, gehört. Sammy sei mit den Nabelschen um den Hals auf die Welt gekommen. Er hätte die erste Nacht nicht überlebt und sein erster Atemzug wäre sein letzter gewesen, wären da nicht dunkle Mächte am Werk gewesen. Teufelswerk, sagte sie, die Mutter des Jungen habe mit ihm da unten einen Handel ausgemacht. Man braucht ihn doch nur anzusehen, die Art, wie seine Augen tief in einen hineinsehen, die Stille in seinem Körper, so anders als all die anderen Jungen seines Alters. Also wirklich, irgendetwas stimme hinten und vorn nicht mit diesem Sammy Make Peace. Solche verrückten Geschichten sorgten dafür, dass sie Lisa Sammy noch leidenschaftlicher beschützte. Manchmal, wenn sie nachts im Bett lag und die Swindles schimpfen und deren kleine Tochter Hattie wie am Spieß brüllen hörte, malte sie sich gern lauter schreckliche Dinge aus, die Mrs. Swindle zustoßen könnten. Dass sie beim Waschen ins Feuer fiel oder auf dem glitschigen Boden ausrutschte, unter die Wäschemangel geriet und zerquetscht wurde oder kopfüber in ein Waschbottich mit kochender Laug gestürzte und nur die dürren Beine als Beweis ihres grausamen Endes aus dem Bottich ragten.